Musik Wir sind der Irmer Spatzenchor, wir sind zwischen 50 und 60 Mädchen und Jungs im Alter zwischen 13 und 21 und wir proben gerade für eine CD-Aufnahme und heute nehmen wir euch mal mit. Also ob ihr eine Pizza vorbereitet macht? Ja, leg mal los bei Anne. Sehr gut. Beim Jugendkurs ist es immer so, wir singen uns erst ein und dann kommt es immer darauf an, was wir halt oder für was wir halt proben. Jetzt gerade proben wir für eine CD-Aufnahme, da haben wir halt so ein Repertoire mit, ich glaube, ein paar Stücken, die sind halt vorgegeben. Und ja, dafür proben wir halt und die Lieder singen wir halt immer. Ja, man muss gucken, dass man aufeinander hört, dass alles zusammen ist, dass die Intonation stimmt, dass man auch einfach die Konsonanten spricht und dass alles sehr deutlich gesprochen wird. Ich bin der Jonathan, ich singe seit fünf Jahren den Omer Spatzenchor. Ich singe, weil es mir Spaß macht und weil man dann wieder seine Freunde sieht. Ich singe einfach, weil ich das brauche als Ausgleich, auch wenn, egal was los ist in meinem Leben oder wie schlecht es mir geht, wenn ich gesungen habe, geht es mir wieder gut. Dann habe ich auch wieder gute Laune und ja, das Singen wärmt einfach das Herz. Es macht ausgeglichen, es entspannt. Danach habe ich gute Laune. Natürlich, man sieht auch alle wieder. Ja, das ist sozusagen mein Sport. Musik 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 Wenn ihr da draußen auch gerne im Chor singen würdet, dann könnt ihr euch gerne hier im Spatzenchor anmelden. Ihr müsst zwar vorsingen, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich kann euch echt sagen, es macht richtig viel Spaß hier zu singen.